Hallo zusammen, in diesem Video geht es darum, wie man die APY auf ein Asset einfrieren kann, sodass man davor geschützt ist, dass die APY einfach fällt, wenn man in ein Asset investiert hat. Und das hier ist Teil 3 meines Tutorials über Pendel und ich empfehle wirklich, wenigstens sich den ersten Teil des Tutorials vorher anzuschauen, weil da die ganzen Grundlagen geklärt werden. Vor allem, was Yield Tokens und Principal Tokens sind. Und in diesem Video geht es jetzt vor allem um die Principal Tokens, die PTs. Und die sind meiner Meinung nach fast noch nützlicher als die YTs, also die Yield Tokens. Um die ging es ja im letzten Teil. Alle Teile zu diesem Tutorial findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Nutzen der PTs beruht auf der Idee, dass ja YTs und PTs zusammen immer gegen die ursprüngliche Einlage eingetauscht werden können. Das bedeutet auch, dass also der Wert von beiden Tokens zusammen addiert immer konstant bleibt. Klar, wenn man beides immer für denselben Wert eintauschen kann, egal wie hoch oder wie niedrig der einzelne Token ist, dann ist die Summe beider Tokens immer gleich. Und das bedeutet, wenn der YT im Preis steigt, dann fällt der PT entsprechend. Nehmen wir jetzt also mal diesen schönen Pool hier bei Silo, der sich mit dem Stablecoin Curve USD befasst. Das ist also eine Stablecoin Einlage und hier liegt die Implied APY aktuell bei über 16%. Die kann aber ganz schnell wieder fallen auf die üblichen 4 oder 5%. Und es ist also die Frage, ob es sich jetzt lohnt, bei Silo diese Einlage zu machen. Klar, wenn die APY so bleibt, kann man das natürlich super machen. Aber was, wenn das Ganze jetzt runtergeht und jetzt sieht man hier, dass die Underlying APY sogar noch höher ist und das heißt, der Markt geht tatsächlich davon aus, dass die APY runtergeht, weil die Implied APY ja darunter liegt. Aber was, wenn ich mir jetzt einfach eine Menge von den PTs kaufe und da steht dann eine APY von über 16% und das ist dieselbe Zahl wie die Implied APY. Und das ist tatsächlich kein Zufall, weil wenn ich mir die PTs jetzt kaufe, dann zahle ich ja den Preis der gesamten Einlage minus den Marktwert der YT-Tokens, weil YT plus PT gleich Einlage. Ich bekomme also jetzt die 10.000 PTs für 9.400 Dollar und das sieht man übrigens auch an dem Preis hier bei den PTs. Der steht bei 94 Cent. Und wenn ich das erstmal gemacht habe, dann brauche ich nur zu warten bis zur Fälligkeit am 27. Juli und kann dann die PTs für 10.000 Dollar einlösen. Dann habe ich also 600 Dollar verdient, was einer APY von tatsächlich 16% entspricht, wenn die Laufzeit jetzt ein ganzes Jahr wäre. Und das Tolle daran ist, dass es danach dann auch total egal ist, ob die APY runtergeht. Ich habe die Tokens gekauft für diesen festen Preis und kann sie garantiert für die ursprüngliche Einlage bei Fälligkeit einlösen. Ich muss also nur die Geduld haben und warten und ich habe die APY jetzt also für mich eingefroren für den Rest der Laufzeit. Alle anderen müssen zuschauen, wie die APY fällt. Ich habe das Problem jetzt einfach nicht mehr. Und bei Stablecoins ist das wirklich so einfach und ein bisschen anders sieht das beim GLP aus. Weil hier spielt der Tokenpreis eine Rolle und der ist leider nicht konstant. Man sieht also hier im Chart, dass der ganz schön schwanken kann. Und das heißt, ich kann mir hier auch fast 16% APY sichern. Ich kann die da einfrieren. Aber die APY bezieht sich auf die Tokenanzahl. Das heißt, wenn der GLP im Preis sinkt, dann verliere ich unter Umständen mehr an Wert als die 16% fixe APY, die ich verdiene. Man kann das aber auch geschickt nutzen, indem man den PT günstig kauft und dann wartet, bis man mit dem Tokenpreis im Plus ist. Das heißt, wenn der Token in der Zeit im Wert steigt, dann kann ich auch schon früher raus und muss nicht auf die Fälligkeit warten. Dafür muss man den PT dann einfach rechtzeitig auf Pendel wieder verkaufen. Und ein anderes krasses Beispiel, das sind die Ether-Einlagen, die sich mit dem Eigenlayer Airdrop befassen. Aktuell haben wir da eine Implied APY von um die 35%. Das heißt, wenn man aktuell die PTs kauft, dann macht man bis zur Fälligkeit etwa 0,14 Ether Gewinn pro Ether, den man da rein tut. Und dieser Gewinn, der ist tatsächlich 100% garantiert, weil ja die PTs zur Fälligkeit für ein Ether pro Stück eingelöst werden können. Das bedeutet eigentlich, ich bekomme hier einen Rabatt von 14% auf den Ether, wenn ich den hier jetzt kaufe. Nur muss ich halt leider warten bis zur Fälligkeit. Ich brauche also ein bisschen Geduld. Aber möglicherweise muss ich auch gar nicht so lange warten, weil wenn jetzt nach und nach die Details zum Airdrop rauskommen, dann kann es sein, dass die Implied APY wieder fällt auf bis zu, sagen wir mal, 3%. Und dann würde der PT ja entsprechend im Wert hochgehen und vor allem auch, wenn der Kurs gleichzeitig noch steigt. Und wichtig dabei ist, dass man für den PT tatsächlich keine Airdrop-Punkte bekommt, die gehen komplett an die Halter der YT-Tokens. Dafür bekommt man dann aber jetzt einen fetten Rabatt auf Ether und das ist ja eigentlich auch ganz nett und vielleicht sogar mehr wert als die Airdrop-Punkte. Obwohl das auch dann gleichzeitig wieder riskant ist, weil zum Beispiel der RSI nicht wirklich der Ether ist, sondern das ist ein Ether, der mehrfach gestaked wurde. Und auf diese Weise natürlich deutlich mehr Risiko hat, als wenn man Ether einfach nur staked oder im Wallet hält. Man muss sich das Ganze also gut überlegen und abwägen. Und wie kann man sich bei Pendel jetzt PTs kaufen und sich damit eine feste APY sichern? Und dazu muss man hier bei Pendel erstmal umschalten auf die Trade-Ansicht. Und ich verwende hier die PT-Tokens des GLP und der liegt auf Arbitrum. Ich muss also erstmal auf Arbitrum umschalten. Den PT findet man dann hier unter Markets und der GLP bietet sich hier deshalb an, weil die Implied-APY höher ist als die underlying-APY. Würde man also jetzt bei GMX in den GLP einzahlen, bekäme man aktuell nur etwa 8% APY und das auch noch mit der Gefahr, dass diese APY sogar noch weiter runter geht. Und hier kann man sich dagegen aber eine APY von etwa 16% sichern für die nächsten 50 Tage, indem man jetzt die PTs kauft und bis zum Ende der Laufzeit am 28. März hält. Diese APY ist also absolut garantiert, weil man ja jetzt die Tokens mit einem Rabatt von 16% einkauft und die PTs am Ende der Laufzeit 1 zu 1 gegen GLP-Tokens eintauschen kann. Und das heißt, die 16% kann einem keiner mehr wegnehmen. Man muss jetzt einfach dann nur noch warten. Allerdings muss man auch beachten, dass sich das nur auf die Token-Anzahl bezieht. Der GLP-Token selber kann im Wert schwanken und das kann einem dann schon die Rendite verhageln oder eben auch nach oben befördern. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann sollte man am besten erstmal, denke ich, mit Stablecoin-Pools arbeiten, weil da kann einem das nicht passieren. Das ist dann etwas einfacher zu kalkulieren. Und wenn man die PTs-Tokens hier kauft, dann kann man sich bequemerweise auch ein Asset aussuchen, mit dem man die Tokens bezahlen will. Und hier mache ich das jetzt mit USDC. Das ist hier einfach viel bequemer. Und dann kaufe ich mir also PTs im Wert von 1000 Dollar und dann sehe ich hier unter Effekte Fixed APY, wie viel Gewinn ich machen würde, wenn der GLP jetzt bis zum Ende der Laufzeit immer den gleichen Kurs hätte und ich muss jetzt also dann nur noch warten bis zum Ende der Laufzeit. Und wenn die dann abgelaufen ist, dann kann ich hier im Dashboard meine GLP-Tokens wieder zurückholen und claimen und die könnte ich dann auf dem Markt verkaufen. Und aktuell geht das natürlich noch nicht, weil die Laufzeit hier noch nicht zu Ende ist, sondern für mich gerade erst angefangen hat. Wenn ich Lust habe, dann kann ich auch die PTs noch während der Laufzeit wieder verkaufen und das wäre zum Beispiel günstig, wenn entweder der GLP-Token jetzt im Wert steigt oder wenn die APY wieder runter geht, weil wir wissen ja, dass wenn die Implied APY fällt, dass dann der Wert des PTs wieder steigt und in dem Fall würde ich ja dann sogar hier Gewinn machen. Und das war es jetzt auch wirklich schon mit dem Tutorial über die Principal Tokens, weil es ist wirklich so einfach bei Pendel. Und im nächsten Teil geht es darum, wie man jetzt Liquidität auf Pendel zur Verfügung stellt und dann auf drei verschiedenen Ebenen Rendite übereinander stapelt. Und das ist dann die vielleicht einfachste Art mit Pendel Rendite zu generieren. Und bis dahin erstmal alles Gute, bis bald, tschüss.